Macht bitte noch einen Applaus für unseren guten Kollegen und Freund, Grusso! Wenn er einverstanden ist, dann unterschreib' ich das Oh yeah, Jari ist mein Manager Er macht die Verträge klar Jari ist mein Manager Wenn er einverstanden ist, dann unterschreib' ich das Einige Leute sagen mir, ey, du kannst niemanden trauen Muss nicht um alles selber kümmern, alle denn die werden staunen Wenn ich ihnen sag, dass ich wen hab, der für mich mein Business regelt Dem ich so vertraue, dass ich Verträge gar nicht mal mehr lese Und dann gleich unterschreib'n, er zeigt mir nur wohl Denn wenn er sagt, es wäre gut für mich, dann ist es auch so Er beschützt mich vor Stress, vor Problemen und Streit Drum ist und bleibt auch mein Manager und das auf Lebenszeichen Jari ist mein Manager Er macht die Verträge klar Jari ist mein Manager Und wenn er einverstanden ist, dann unterschreib' ich das Jari ist mein Manager Er macht die Verträge klar Jari ist mein Manager Und deine Einverstanden ist, dann unterschreib' ich das Meine Eltern meinen, ich muss endlich raus Meine Hängematte Mir einen festen Job such' und Einzeit in die Rentenkasse Denn wir heute nicht an morgen denken Denn wir morgen mal an gestern denken Doch dann ist es zu schwer zu ändern Ich soll mein Geld nicht verschwenden, sondern lieber sparen Geht's mit den Schreibern, genau wie mit den Rahmen Sag' ich weiß doch, Pläne und Verträge sind wichtig Und deshalb hab' ich da auch niemand unter Ihnen, mein Müssen Ja Sam Tag Jari ist mein Manager Das ganze Musical ist ein gottloses Geschäft Denn du wirst ausgebeutet und verheizt wie Großes und Recht Alle sind furchtbar nett und versprechen einem das Beste Doch was sie wollen sind deine Urheber und Leistungsschutzrechte Ja, sie reden von den Tätzen und sagen, dass du Punkte kriegst Geben dir einen dicken Vorschuss, reicht nach deiner Unterschrift Doch wann du das nimmst und Makroli siehst, ist ungewiss Weil jetzt alles verrechnet wird, so lang bis du verhäumert bist Und während du selbst dich fragst, woher das Geld für Biete legt Stehst du am Set für den 100.000 Euro Videodreh Es ist ein Heifenspekt, überall lauer Fall Doch uns kann nix passieren, wir haben den besten Manager von allen Ja, ist mein Manager Ja, macht die Verträge klar Ja, ist mein Manager Wenn er einverstanden ist, dann unterschreib ich da Ja, ist mein Manager Ja, macht die Verträge klar Ja, ist mein Manager Wenn er einverstanden ist, dann unterschreib ich da Ja, ist mein Manager Ja, ist mein Manager Wenn er einverstanden ist, dann unterschreib ich da Ja, ist mein Manager Einverstanden oder eine Rätik Jonkampagne Ja, ist mein Manager Ist vino das92 Na, ist油 ye celebrities Und das jest Ich habe einfach Alles gelesen ich hier